Die erste Entwicklung war schon einmal, dass ich einen neuen Job annehme und da hat sich relativ schnell dann eine Möglichkeit gegeben für mich, dass ich nicht von der Stelle her eine andere annehme, sondern einfach eine Weiterentwicklung für mich. Ich bin eigentlich mehr oder weniger als Marketing-Einsteiger in das Team gekommen, habe aber dann schnell mehr die Chance bekommen, dass ich einfach verschiedene Aufgabenbereiche dazu bekomme, dass ich für Sachen verantwortlich bin. Ich habe bei Karriere als Berufspraktikant angefangen, war dann ganz normal im Development-Team und habe mir dort dann eine sehr spezielle Position herausgesucht. Ich will bestimmt immer noch besser werden in dem, was ich mache, wo ich jede Unterstützung habe. Wir werden mit Seminaren, mit Schulungen, mit Gesprächen mit Fachsätzen unterstützt. Wir haben einen Vertriebscoach, der regelmäßig zu uns kommt, einfach nur um uns in der Tätigkeit, die wir täglich tun, einfach zu bestärken. Da kommt man her von einer Firma und macht Inhouse-Kurse, beratet die Gespräche, wie das am besten angehen. Wo man geschaut hat, wo sind die Stärken und wie kann man die Stärken unterstreichen. Weiters haben wir die Möglichkeit, dass wir auf Konferenzen fahren, da kann man sich auch selbst Sachen raussuchen, die einem interessieren. Zum Beispiel hat man die Möglichkeit, wenn man sich für Kurse, für Wifi-Kurse etc. interessiert, hat man die Möglichkeit, dass man den Vorschlag einbringt. Also da bietet karriere.at uns schon sehr, sehr viel, dass wir uns einfach in der täglichen Arbeit weiterentwickeln können.